In diesem Film möchte ich Ihnen demonstrieren, wie Sie mit den neuen Tonwertkorrekturen der Prozessversion 2012 von Lightroom 4 arbeiten können. Der Belichtungsregler ist nach wie vor der Regler, der sich am meisten auf das komplette Bild auswirkt, weil er von der Mitte aus alle Tonwerte nach links oder rechts verschiebt. Allerdings macht er das mit Hauptbetonung auf die Mitteltöne, sodass sich nicht so schnell beschnittene Lichter oder beschnittene Tiefen einblenden. Durch einen Doppelklick auf das Dreieck im Regler setze ich diesen Mal zurück. Unter dem Kontrastregler haben Sie vier Regler, die sich um die einzelnen Tonwertbereiche links und rechts von den Mitteltönen ausgesehen kümmern. Und das sind einerseits die Lichter und Tiefen, also auch noch Mitteltöne, die aber relativ stark im Schatten- oder Lichterbereich stehen. Und dann noch das Weiß, also die ganz hellen Spitzlichter, und das Schwarz, die ganz tiefen Tiefen. Sehr praktisch dabei ist, dass alle diese fünf Regler auf die gleiche Art und Weise funktionieren. Damit meine ich nicht nur, dass alle jetzt neuerdings von dunkel links nach rechts hell reagieren, sondern dass sie auch auf Tastenkürzel bzw. Hilfstasten reagieren, die sonst nur den Belichtungs- und Schwarzregler vorbehalten waren. Dazu gehört zum Beispiel die Alt-Taste. Wenn ich die Alt-Taste drücke und dann den Belichtungsregler regle, dann sehe ich, sobald hier beschnittene Lichter sich in das Bild einspielen würden. Das ist absolut nicht kritisch im Moment, weil das wirklich nur pixelweise kleine Punkte sind. Also zeigt mir die Überprüfung in diesem Fall, dass es nicht kritisch ist. Genauso verhält sich das auch in den vorangegangenen Versionen mit Schwarz. Hier kehrt sich das ganze Bild um. Die dunklen Bildanteile werden größer, umso mehr ich den Schwarzregler in diesem Fall nach links regle. Und ich sehe an schwarzen Flächen, wann da Schwarz wirklich zugelaufen ist. Lasse ich die Alt-Taste kurz zwischendrin mal los, kann ich mir das Ergebnis angucken. Mit wiederum gedrückter Alt-Taste habe ich hier nur die Tiefenwarnung. Und das gilt jetzt tatsächlich für alle diese Regler. Auch wenn ich jetzt von einer höher gezogenen Belichtung heraus die Lichter, also die sehr hellen Mitteltöne noch bearbeiten möchte, kann ich die Alt-Taste drücken und sehe dann auch hier bei meiner Bearbeitung, wie die kritischen Lichter abnehmen bzw. zunehmen. Das heißt, ich habe hier immer die Kontrolle, sobald ich sie haben möchte. Natürlich mache ich trotzdem diese Korrektur in erster Linie optisch. So, ich ziehe jetzt einfach mal beide Mitteltöne, die an die Belichtung herangrenzen, nach unten. Das heißt, ich habe die ganz mittleren Mitteltöne nach oben gezogen und die Tiefen nach unten gezogen. Das heißt, ich baue hier zwischen den Kontrast auf. Und dann kümmere ich mich noch um bestimmte Lichter und Tiefen. Das heißt, ich gehe in das Weiß und kann das Weiß abdunkeln. Und das sehen Sie optisch im Bild sehr schnell, insbesondere wenn Sie hier zum Beispiel auf diese weiße Fläche gucken, wie Sie dieses hier runter senken können. Das Schöne jetzt in der Prozessversion 2012 ist, dass diese Arbeitsbereiche, die die einzelnen Regler anfassen, relativ eng voneinander abgegrenzt sind. Natürlich nicht hundertprozentig, denn sonst würde es ja irgendwann eine Abflachung der Tonwertkurve geben, sondern diese sind halt sehr stark auf den Bereich begrenzt, den man hier angibt. Und nur die direkt angrenzenden Bereiche werden deutlich mit korrigiert. Und das hilft mir auch, diese Regler wirklich sehr, sehr schön und sehr fein einzusetzen. So habe ich jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel auch allgemein die Lichter abzusenken, aber trotzdem noch ein Weiß herauszuarbeiten, genauso ein besonderes Schwarz herauszuarbeiten und nicht wie früher mit dem Wiederherstellen und Aufhelllichtern pauschal die Lichter und Tiefen anzuheben oder abzusenken, was ja oft zu einer Vergrauung des Bildes führte. Übrigens, es gibt noch eine weitere Verbesserung in den Grundeinstellungen, die sich, glaube ich, am besten hier in solchen Details zeigt. Das ist der Klarheitsregler. Der Klarheitsregler ist ja ein sehr dankbarer Regler für detailverliebte Bilder wie diese. Und dieser tendierte allerdings leicht dazu, Artefakte zu zeigen. Das hat sich jetzt auch in dem Algorithmus mit der neuen Prozessversion verbessert, sodass ich ihn auch leicht bis zum Anschlag ziehen kann, ohne dass ich hier irgendwelche Detailartefakte erkennen kann. Und so kann ich natürlich die Brillanz des Bildes deutlich steigern. Das war ein Beispiel für das Umgehen mit den neuen Tonwertreglern der Prozessversion 2012. Das war ein Beispiel für das Umgehen mit den neuen Tonnen, und das war ein Beispiel für das Umgehen mit den Ereignen.